Der hat sehr schön kleine Ohren. Hey, Sir Henry! Ja, wie ist es Sir? das kann durchaus ja auch einfach rein tun dann hat sie die gewissheit nee da geht keiner von weg damit ich ihn auch rausfinden kann gleich sofort ja da kommt ja Henry bleibt hier der kommt der kommt doch der andere könnte ja nicht ja ja wie unsere Aale hätten ach guck mal ja jetzt zack einfach ab die Haare dann kann man den total reichen das ist stumpf ja ja und ja und sie sagt auch ja das ist wirklich ja 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 Was sie jetzt nicht so tut, sie macht sich nicht so lange. Normalerweise stehen sie nicht so.